Heute ist der 30. Mai 2020. Es ist 19.25. Jetzt live mitfiebern bei der Erziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. Liebe Tipper, Pfingstwochenende, Pfingstrosen und ein Pfingstjackpot in schwindelerregender Höhe. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem Lotto-Studio. 26 Millionen bei Lotto 6,49 und Flotte 6 Millionen beim Spiel 77. Macht zusammen 32 Millionen, die Sie mit dem richtigen Kreuzchen heute abstauben können. Lassen Sie uns also direkt starten. Heute ist die 25. Denn falls heute kein Thema den Super-Sechler hat, rutschen die 28 Millionen Euro automatisch in den nächsten Gewinnrangen. Kugel Nummer 3 ist heute die 33. Aber auch unser zweiter Gewinnrangen, liebe Tipper, der hat das richtig in sich heute. Da waren stolze, schöne 3 Millionen Euro auf eine glückliche Tipperin oder einen glücklichen Tipper. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe gar kein Gewinnrangen mit sechs auf die Super-Zahl. Auch in den 30ern geführt werden. Ja, das wäre was, wenn niemand einen sechs auf die Super-Zahl.